Ja, richtig cool. Repos hättest du dir mal reinziehen müssen. Der hat auch Zora gespielt. Ja? Ja. Oh. Das war so der letzte Sieg, den er gegen SDN geholt hat, war Glankensaur. So. Also, Fulbo Elo gegen Flora. Gucken wir mal die Chars hier an. Wo geht's los? Aquakarren. Könnte sogar wirklich helfen. Wenn er in der Luft Zeitgear macht und der dann Aquakarren macht, mal gucken, wo er landet. Und Banjo einfach. Wir sehen hier zwei Dr. Marios auch. Darauf können wir uns alle freuen. Dr. Mario, bester Char. Ja. Wonder Wing. Der F-Ticketbox. Noch einen? Nee. Kann man auch Hard Punish nehmen, den Wonder Wing. Ja, genau. Das hatten wir ja vorhin schon kurz drüber geredet gehabt und dann auch gleich schon Paradebeispiel dafür gesehen. Ah. Reingekommen die. Aber es ist sehr effektiv gegen dieser Knopf. Es geht nicht. Ein Pixel. Ein Pixel. Ein Pixel außerhalb von Max Range. Ja, das ist basic. Das ist voll wichtig. Und die haben jetzt beide... Warte, auch Side B! Scheiße. Ich will jetzt Side B gegeneinander. Ich will die Side B-Clashes sehen. Genau. Los. Los. Sparte, dass ich die... Kommt jetzt... Oh, die Backair. Sehr schön. Okay, das heißt... Reguile führt. Jetzt kommt jetzt Zora. Die Saga. Boah, nee. Zora kann schon ob Noxious lange in der Luft bleiben auch. Vor allen Dingen auf der Recarp Arena. Also der kann ja wirklich... äh... Unterhalb der Stage viel machen. Ganz weit rechts vom... Unterhalb der Stage. Die wahre Pracht, was der da... Das hätte Gandalf gebraucht, dass er nach der Abi noch die Side B einsetzen kann. Das wäre so cool. Warum einfach nicht? Bei Gandalf ist so... Du wirst irgendwie... Random getroffen. Off Stage. Und... Du merkst... Oh. Ich bin einfach tot. Ich bin einfach tot. Und das merkst du halt... Wie so gefühlt in jeder Runde. Ja. Vor allem, wenn man hier nicht für mich spielt. Und dann kannst du das leider sehr oft. Ja, also... Beide noch am Leben. Oh, die Ice Climers eingefroren! Aber nicht sehr effektiv! Und der Skill dafür! Oh, aber ist gleich trotzdem! Nicht sehr effektiv gegen die beiden. Dazu sind die zu warm angezogen. Oh, die Side B wird gespammt hier. Ja, die ist gut. Aber man darf auch ein paar andere Moves von ihm nicht vergessen. Die Abair zum Beispiel. Die machen so viel Schaden einfach, wenn beide treffen. Ja, das ist super. Das ist das erste Ziel, dass du auf jeden Fall einen von beiden immer sofort rauskriegst. Mhm. Oder so schnell wie möglich ansitzen. Hey. Gut. Dann sehen wir jetzt Little Mac. Ist auch ein kleiner Joker jetzt. Little Mac kann auch heftig sein. Aber offensichtliche Schwächen. Auch ein Kandidat, der keine... Oh, die Pillen! Ja, Little Mac, der Profiboxer, hat gerade ein Pillenproblem. Aber er hat es beseitigt. Und jetzt... Klick nach einer Mike Tyson Karriere. Jetzt kommt Corrin. Der Char wird in letzter Zeit öfter gespielt. Man sieht ihn häufiger mal in Top 8. Äh, es gibt aber zwei, die ziemlich gut sind. Schadig und Neo, glaube ich. Ich bin leider nicht mehr so aktiv in der, äh, Ami-Szene dabei. Die Turniere kommen mir zu spät und ich guck mir auch keine, äh, Replays an. Ne, ne. Guck mir immer nur live an. Genau wie ihr. Ihr guckt jetzt auch live. Und die Replays auch. Okay. Also ne kleine Lead nur noch für... Oh! Ähm, Fuego Elo. Kann sich aber jederzeit ändern mit diesem App Smash. Oh mein Gott, die F-Tails. Oh, wie frech. Er versucht's mit der Down-Air einfach von Little Mac. Okay. Einfach mal versuchen, aus den Spächen Bestärke zu machen, ne. Ich weiß auch nicht. Das ist... Manche Leute machen das einfach aus Style. Äh, einfach ganz viele Ariels. Das feiere ich auch übel. Oh, oh. Oh, oh. Oh, wenn er nach unten geengelt, dann, äh, Leberhaken haut immer noch anders aufs Schild. Okay. Wir sehen jetzt Palu und das ist auch ein Charakter, denke ich mal, mit dem Fuego Elo gut spielen kann. Oder könnte... Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob er eingespielt hat. Ah, Flora auch ganz gut unterwegs mit der, äh, der Kommen. Mal sehen, gerade. Boom. Back. So, und jetzt noch mal zwei gegen eins quasi. Ihr könnt, alle die zuschauen, ihr könnt gerne mal, äh, diesen, diesen Twitch-Channel, äh, mit Leuten teilen. Ich hab da immer so wenig Zeit für und, äh, wir wollen natürlich die Reichweite haben, deswegen, äh, wenn ihr zuguckt und irgendeinen Channel kennt, oder was auch immer, dann, ähm, teilt das gerne mit den Leuten. Ich mach jetzt auch gerne mit eurem Freundesgruppen, äh, innerhalb von Discord. Ja, das ist wie gemeinsam ins Kino gehen. Das bringt einfach zusammen, bis ihr mehr Spaß zu kommen. Ja, genau, wo es ist. Oh, ja, der Abi hat auf jeden Fall gesessen. Aber nicht in dem Kind, aber jetzt sind doch wieder. Ja. Oh. Don't smash. Langsam wird's knapp. Hier ist die Flora. Abfallkillt auch noch nicht. Ja. Tipper, genau. Dash Attack. Und jetzt Dr. Mario. Kann man auf jeden Fall hart gimpen. Aber ist schon auch gefährlich. Alleine wegen der Abi. Total. Und jetzt glaube ich... Oh. Hahaha. Da wär's nämlich schon beinahe gewesen. Die Down-Bee ist auch, also, super janky. Ah, geht der Off-Sage nicht. Ja, der Up-Sash. Ja. Harry, der Up-Sash. Jawollo. Der Up-Sash ist so heftig. Okay. Okay. Ruego Elo. 1-0 hier gerade über Flora. Ja. Äh... Ja, stark. Ich hab mir tatsächlich schon gedacht, dass er weit kommt. Aber ich dachte, er kommt weit, weil er ein gutes Line-Up in Squad Strike hat. Und er spielt ganz in Random. Hahaha. Geil. Geil. Ist vielleicht auch einfach das beste Line-Up. Mhm. Ja. Also, es macht schon anders Spaß auch. Also, das ist... Es macht sehr viel Fun. Allerdings muss man dazu sagen, dass... Oh, was pass ich denn hier? Die Leute spielen Achter Ganondorf hier. Hahaha. Sehr geil. Ja, auf dem großen Fernseher. Sehr gut. Auch heftig. Guck mal, wir haben Team Animal Crossing dabei. Oh, okay. Das wird so ganz... Die passt da eigentlich auch ganz gut mit rein. Ja. Ich finde auch die, die kommt richtig, richtig gut. Ist auch einer meiner Mates. Okay. Und, äh, gerade so einen amerikanischen Raum hier, Tweak und sowas, ne? Also, super geile Plays. Auch damals hier noch, äh, auch wie hieß er noch. Zero. Mhm. Absolut begnadigte Spieler auf dem, äh, mit dem kleinen Affen. Ja. Vor allem Anfang von Smash 4, da war der ja noch komplett broken. Hahaha. Hat auch jeder den gespielt. Jeder. Also, ich kann mich noch dran erinnern, äh, ich glaub das war, oah, Biest. Oder irgendwas anderes. In Schweden-Turnier war das. Da war sogar Leffen noch mit dabei. Und Armada. Und Scythe. Also, so das Beste aus Europa. Aha. Alle Didi Kong gespielt. Hahaha. Absolutes Meta-Bashing. Ja. Ja, ja. Voll. Das war heftig. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. He weiß nicht, wie es funktioniert. Guck mal, wo's noch aus? Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Ach, hat wahrscheinlich gemashed. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. wie sie im Buche steht. Warum bin ich so zerstochen? Warte mal, ich muss mal... Oh, was passiert jetzt? Achso, wir... Ich kratze, das wird schlimmer. Hier, Nöffel heiß machen, rauf machen. Die Proteine zerstören. Ich hab da was. Super. Ich hab da was. Das benutze ich jetzt auch sofort. Ich sag euch, gönnt euch mal so einen Möckenstick. Gibt's in der Apotheke für 25. Zum Schlüsselanhänger könnt ihr in euer Handy stecken. Und damit dann Möckenstiche loswerden. Kann nicht jeder mir empfehlen. Der ist ja jetzt schon ready. Ja, safe. Wie schnell geht das denn? Da ist es halt warm. Da ist es halt echt auch warm. Aber nicht so, dass ihr euch verbrennt. Sondern nur, dass die Proteine stocken. Das tun sie ab 40 Grad. Ja. Und jetzt juckt das nicht mehr. Wie cool ist das denn? Voll, oder? Ich sag's dir. Ich besorgen auch so ein Ding. Safe. Weil ich bin auch immer... Hier siehst du ja, aber ich bin auch so ein Hannes... Ich zerkratze mir die Dinger, weißt du? Ja, wenn's dann auch noch Stellen werden, dann ist das immer blöd. Ja, voll. Vor allen Dingen, ich hatte das mal am Bein und hatte dann schlussendlich Blutvergiftung. Und ich hatte ein Blödes auf das nächste Jahr darauf im anderen Bein. Also macht das bitte nicht, wenn ihr solche irgendwie Mückenstiche, whatever habt, kratzt daran nicht. Ich kann euch nur sagen, das kann richtig nach hinten losgehen. Okay. Tschüss. Ja, dann bin ich froh, dass ich das Teil hier hab. Ja, voll. Falls ihr euch fragt, was das ist, ich glaub, Heedit heißt das. Heedit Mückenstick. Das ist mit so einer App zusammen und wie gesagt, 25 Euro Apotheke. Kann ich euch nur empfehlen, weil man dann deutlich weniger Angst hat, von Mücken zerstoffen zu werden. Heedit. Okay, damn. Also hier gerade. Ach stimmt. Leflora hat ja auch in ihrem normalen Squadstrike-Team hat sie Pichu gehabt. Also, ja, man sieht doch um einiges stärker. Ah. So. Pichu auch super fun. Also, das ist auch ein Charakter, der einfach nur Spaß macht. Zu spielen auf jeden Fall. Mensch, verdammt. Super witziger Charakter to play, definitiv. So. Jetzt hört man mich wieder. Okay, sehr gut. Alles klar. Hatte gerade wieder ein Wackelkontakt gemacht. Muss gleich mal fixen, wenn wir in der Pause sind. und es wird auf jeden Fall wieder ein Random Play und ich bin gespannt Double Snake Coolio und ich glaube Simon dürfte das sein oder der andere ist das Simon oder ist das wie heißt der andere noch Richter ist das zweimal Richter, zweimal Snake und zweimal Lucas er fängt an mit er fängt an mit Young Link das ist einer seiner Mains das ist das ist hart das ist hart für Flora mal schauen wie gut sie Snake kann ich kann mir nicht vorstellen dass sie gut Snake kann ist halt auch ein Freaky Character genauso wie Duck Hunt das ist nicht etwas was du einfach mal eben spielst ja eben das sind so die Brawl Charts Brawl Leute können irgendwie Snake meistens oh mein Gott und oh der lebt noch das war es noch nicht ganz alt oh nice der Upset der ist ja echt clean ey was ich hier gerade sehe das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen in Singles sehr clean gerade und der Upset Boom boom okay oh ja Daumen ist es gewesen das könnte schwierig werden jetzt für Flora oh Daisy okay oh oh ne back ja haben wir versucht das ist jetzt auch schon wieder kick percentage dann hängt da Daisy wirklich an und das war es ja okay da siehst du halt aber auch was es ausmacht wenn du dein Name bekommst ne ja 39% vom ersten Char bekommen dann 29% gucken wie das jetzt bei Lukas aussieht Zeit oh 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 überlebt ihr gerade noch und das war die Chance für Flora mal gucken ob sie noch so eine bekommen ansonsten wäre das echt eine heftige Nummer von Fruego dann jetzt mit Charakter rauszugehen das wäre crazy oh okay nice aber die Spielexpertise hat vor Ort um dann noch was rauszuhören definitiv ja frag mich nur wie ja die haben alle drei Richter bekommen äh alle beide Richter alle beide Snack und Lukas aber jetzt kommt der DDD sehe ich gerade da ist der DDD ah guck mal der wird noch ein Main sehr schön okay okay mal gucken wie das jetzt läuft äh wenn Flora es schafft hier schnell den Stock zu bekommen dann kann das hier gleich ganz anders aussehen aber wenn Fuego es schafft hier ordentlich Damage zu machen so wie es im Moment der Fall ist dann dann wird das vielleicht wirklich der Storm hier gerade okay der Befreiungsschlag oh der Snipe okay ein Cross mit Maps auf uns 360 no Scopes okay und da ist Richter einfach der Richter Richter ist so ein Ding ne aus Spans merkwürdiger Charakter ich mag ihn persönlich aber er ist schon weird ja also die ganzen Minukurfen von seinen ähm Projektieren die Projektieren dankeschön genau richtig die sind schon extra vagant aber die lassen auch coole Plays zu ja er ist nicht leicht zu spielen auf jeden Fall oh die Abbie kennt ja noch gar nicht okay 150% da könnte DDD schon sterben oh der F-Smash das war wichtig jetzt gerade und da kommt Richter gegen Richter das Richter-Dito okay oh oh was passiert hier ja vielleicht sollte er Richter spielen okay er ist clean oh schon mal vorbrennt die Zeit ah ne ich dachte ich müsste da durchlaufen dann noch mal oh okay oh ja down and toe api ist immer teile sein für den eigenen komischen Flaschen getroffen komische Hooligans oh der ist doch kein Verbrechen das ist geil die werfen mit Flaschen und Feuer ja ein Move oh okay drei Style sind da noch aber Rio Rio den ich spielen kann Trash ja absolut also da musst du schon die Kombos drauf haben ja jetzt kommt ganz viel ab ab minuten ab ab minuten 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 so heftig dieser Charakter ah ooooh man guckt noch ob er den hinkriegt oh er versucht es gar nicht erst mit dem mit dem Perfect Churiken okay okay und er hat